hey meine freunde ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen projekt hier auf diesem kanal und zwar starte ich zusammen mit ein paar mitgliedern zu denen aus dem netzwerk wo ich mitglied bin ein gemeinsames projekt namens npaq oder nprg wo wir zusammen unterschiedliche multiplayer games spielen wir sind insgesamt fünf personen leider kaum zur ersten aufnahme waren nicht alle dabei und es kann auch so passieren dass man nicht immer alle dabei sind deswegen nummerierung ist fortlaufend das heißt wenn mal jemand ausfällt dann fängt er mit der nummer an wo er dann wieder einsteigt damit bescheid wisst wenn ihr alle videos sehen wollen müsst ihr auf den ganzen kanälen vorbei schauen und ja wir waren sehr professionell bei der ersten folge und haben da die anmoderation vergessen sie haben gesagt wir machen eine separate anmoderation wo jeder mal darüber spricht ich hoffe ihr habt spaß dabei und viel spaß jetzt bei dem video start game so wer fängt denn an wollen wir vielleicht erst mal sagen was das hier ist was das hier für ein projekt ist großes durcheinander das stimmt das ist wirklich ok jetzt wurde es für mich ausgesucht ja heiho allerseits willkommen mit diesem durcheinander bei scribal eon wo leon gerade seine zeichen künste zeigt die schwarze ist glaube ich nicht so gut ich schreibe aber auch mal ein bisschen was weil ich kann dass wir nicht mit dem buchstaben mit legacy ist das alles so ein bisschen kacke schreibt das minus muss man das mitschreiben ja das weiß ich ehrlich gesagt ich spontan eigentlich das ist der erste begriff mit einem bindestrick ehrlich gesagt den ich habe bei scribal also ist und leo hilft mir gerade nicht er hat los ok das flipps hatte ich schon aber mir fühlt erdnuss nicht ein ja ich habe ich habe schon gesehen dass sie da schon in die richtige richtung gegangen seid deswegen wüsste ich jetzt auch irgendwie nicht was ich jetzt irgendwie noch hätte machen so ok ok das kann nichts werben äh quatsch kann ja auch gar nicht so ok ich dachte alles wäre eine schweinenase so ok 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 jetzt habe ich es auch ja ja das hat man wann sie ja richtig genau sind die ohr jetzt wenn man es weiß erkennt man es auch ja gut ja mit dem l war dann klar was gemeint ist aber ich hab's einfach nicht erkannt was das jetzt für wörter weiß ich nicht einmal mal fünf ok ähm ne ich hab eh falsch geschrieben ähm ne zu lang also genau so Das ist schon eine gute Idee, äh. Okay, und was genau ist jetzt gesucht? Äh, oh. Äh, warte mal, kann auch sein, dass ich dumm bin. Ah, okay. Ja, okay. Nein, okay, ich bin nicht dumm, dann bin ich nicht dumm. Gut, das ist gut zu wissen. Yacht ist close up, weh? Das ist verdammt richtig. Yacht ist close. Ja, das stimmt. Deswegen muss ich vor allem sehr doll lachen, ne? Ach, so wird es geschrieben, okay. Genau. Na, ich kann nur was schreiben. Ja, fast so wird es nicht geschrieben, ne? Ja. Okay. Ach du Kacke. Äh. So, jetzt willst du dich. Äh. Hallo, Phil. So. Ach guck mal, das gibt's auch, ja. Man sieht, dass ich dieses Spiel sehr oft gespielt habe. Äh. Ja, warte mal so. Jetzt passt nichts mehr, was ich da drin hatte. Ähm. Ähm. Ja. Ja, ich hab's gerade auch. Ja. Ja. Ich hab's nie so gezeichnet, aber es gibt voll Sinn, ja? Ja. Bin ich hoch. Ich hab viel so viel Chemie gehabt. Physik war, ich war jetzt auch gut, aber hatten wir nie. Chemie macht es ja anders. Und dann, ich hab... Okay. Ach Gott. Okay. Ähm. Jetzt ist wieder Mr. Erdnussschlipp. Hahaha. Okay, ja. Äh, so. Es war aber ohne Binnenstrich. Zack, zack, zack. Ja, ist auch ohne. Mhm. So, so. Schweinebeermann. Das ist, finde ich, jetzt schon mal so. Attraktive, attraktive Persönlichkeit, würde ich sagen. Ähm. Ähm. das f verwirrt mich jetzt nicht nur dich moment jetzt vielleicht ich bin echt froh dort gerade ja es gibt es gibt eine andere situation das dürfte man schnell hinbekommen ja ich bin gut ja quasi der verwandte ich wollte noch einmal zu sagen zu langsam ich bin auch einfach beim schreiten ist auch nacht bei dem spiel dieses lichter also ich denke dass wir von uns wissen ja das kann ich ja jetzt doch nicht sagen dass ich glaube dass das das andere alles ziemlich ersichtlich denke ich ist ich habe gerade keine ahnung was er bei mir hat wenn man wenn man einmal film gesehen hat dann weiß man eigentlich also mit heutigen dann weiß man eigentlich was es ist wenn man drauf kommt ja wenn man drauf kommt genau das fliegt da raus wenn man abschießt auf jeden fall genau das fliegt oben raus nicht vorne raus knapp das tue ist ja leider zu spät das ist ja wirklich knapp gewesen schade okay moment könnte klappen wenn jetzt keiner bei der richtig rät dann kriegst du doch keine punkte oder das wäre doch gut oder leute das ist zu viel machen wir auch mal hier eine acht beine bla bla ja dann aber jetzt geht's los das war alles klar das war dann einfach mal da fehlen die richtigen farben da wird aber mit minus dazwischen geschrieben ja das um das einzug muss ich das erst irgendwo abgrenzen erstmals das stimmt schon das stimmt schon ich war nicht ich werde mich weigern ich meine ich kann gut verwandt das ist punkt aber das zu kurz wie viele buchstaben haben wir denn 10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 würde ich mir eh nicht merken noch kein 11 jetzt das macht es besser Na komm, da kennt man ja wohl was. Ah, hab's. Verdammt. Ah, okay. Also, was da ist gesucht. Was für eine Schere ist denn das jetzt? Eine ganz bestimmte Frage. Was name ich hier gerade? Darüber ist sich die Wissenschaft uneinig. Nagelschere. Hättest auch Nagelschreiben malen können. Ach, okay. Jetzt erkenne ich was du noch malen wolltest. Ich dachte das wäre eine schlechte Version von Herrn Hahn oder so. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ah. Habe ich schon gezählt. Zu wenig, ich weiß. Ich weiß, wie ich das noch besser malen soll. Du hast doch fast gar nichts gemalt. Ja, ja. Aber es fällt mir zu dem Wort nicht ein. Nein. Ähm. 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 Vor allem so viele Buchstaben. Das verwirrt mich halt gerade. Lol, das war richtig? Ich habe gedacht, dass es halt viel zu wenig Buchstaben ist. Das wäre krass. Ja, jetzt kann ich verstehen, warum du dazu nicht mehr malen kannst. Ja. Ne, hä? Äh? Ähm. Ja gut, aber schlund das ich auch nicht. Äh. 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 What the fuck? Ach, Schlucht. Ja. Ja. Pass auf. Oh Gott, so schlecht. Oh, ich glaub. Okay. Ich mach jetzt mal das Scheißwort. Ich war schlecht. Also. Ah. Ah. Äh. Oh, das ist gut, dass das klappt. Ja. Das hab ich mir schwieriger vorgestellt. Das ist ziemlich gut sogar dargestellt. Äh. Äh. Warte mal. Also. Also ein Haus, das nicht ist und ein Mann ist da. Ja. Oder irgendjemand. Und das hast du schon mal gut erkannt. Richtig. Und der Mann ohne das Haus? Ähm. 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 Oh Gott. Das war's. Ähm. Wo ist denn hier noch was drauf machen? Wahrscheinlich eh links glaube ich. Ganz links. Ganz links. Ganz links. So. Äh. 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 Und die schwarze Linie müsst ihr euch da mal rausdenken. Okay. Äh. Ist äh. Okay. Äh. Das Ding suchen wir quasi. Ja. Das geht doch. Das ist wieder. Also. Ah ja. Okay. Besseres fängt mir da ehrlich gesagt nicht zu ein. Ja. Sieh für mich aus wie ein Stein. Für irgendeine Art Stein. Du könntest doch was für den Größenvergleich nebenmalen. Ja. Es ist kein Teasel. Ja. Ähm. 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 Oh Gott. Wir schwälen gerade so Friedle. Ähm. Wow. Okay. Ja. Na knapp. Mal. Ich weiß durch den Boden und dafür wird. Ah. Das ist trotzdem geschützt. War knapp. Verdammt. Verdammt. Ja. Ein gutes Verspringt nicht höher als es muss. Ja. 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 Das war eine schöne 15 Minuten Folge. War das. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Aber nächstes Mal gewinne ich natürlich. Das wäre sonst. Ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Ähm. Was ist? Ja. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal kackendreist sagen an alle Zuhörer. Zuhörer. Ähm. Schaut bei uns allen mal vorbei wenn ihr Bock habt. Bei allen. Genau. Links in der Videobeschreibung. Wenn wir die da reinpacken überhaupt. Doch. Das machen wir auf den Fall. Ähm. Ja. Außer aus das weiße Projekt. Also. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja.